Hi Leute! Ähnlich wie im ersten Video wollte ich euch ein paar Optionen liefern, wie ihr auch zu Hause ein bisschen Sport machen könnt und euch fit halten könnt bzw. wie ich mich auch persönlich fit halte zu Hause. Wir fangen an mit dem Unterkörper. Fünf knackige Übungen. Ich zeige sie euch immer von vorne und von der Seite. Dann könnt ihr sie ganz super nachmachen. Viel Spaß! Ich zeige euch! Ich zeige euch hier aus! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020